Bambus ist ein großartiger Rohstoff. Er wächst schneller als jede andere Pflanze auf der Erde. In vielen Regionen der Welt wächst Bambus, doch der beste hier in Ghana. Durch seine typische robuste Außenwand sind unsere Rohre extrem stabil. Gleichzeitig ist der Bambus sehr leicht, da er innen hohl ist. Deshalb werden unsere Rahmen in knapp 80 Stunden liebevoller Handarbeit gebaut. Vollendet mit modernster Technik und hochwertigen Anbaukomponenten entsteht so dein persönlicher Liebling. Dein Maibu Bambus Fahrrad.